Der L-Humbro, dat is ne Pflaume, dat is n Hugo! Was für ein L? Keine Ahnung, hab ich nie gehört. Ey, L, du willst jetzt Ranked anfangen, oder was? Ey, Humbro will Ranked spielen. Ich glaub, der Junge ist nicht carrybar. Ey, Humbro und Ranked, was glaubt er, wer er ist? Denkt er, das ist der Ponyhof wie im Normal-Game? Nee, Ranked ist Krieg! Alter, der ist unranked, als ob der im Rank irgendwas scheißen würde. Viel Glück, du wirst eh nix erreichen, Mann. Ach, ihr meint El Spasti. Ist der nicht unranked? Da gehst du nicht einfach mal 20-0 mit APU dir? Nee, da wirst du vernichtet, da bist du useless. Dat is einer, der dann später bald nix Star Wars mitmacht, ne? Weil der im Leben nichts gebacken bekommt. Ich mein, er ist wirklich der einzige Spieler, den ich kenne, bei dem es zutrifft, wenn man sagt, dass der Jungler an allem schuld ist. Aus dem wird er eh nix. Vollidiot. Da fängst du an zu weinen und dubst in Bronze. Viel Spaß! Das ist ein Schwachsinn, Alter. Okay, was soll ich tun? Ich weiß nicht mehr weiter. This power, I cannot control! Ahu, hier ist Er. Was ist denn, wenn wir das nicht hinkriegen mit der Edo? Was ist, wenn wir nicht mal Dier kommen? Dann sind wir das Gespött von allem. Meinst du, wir können uns vielleicht noch, falls noch boosten lassen? Dieses Maxim-Boosting. Das ist doch der heiße Scheiß im Untergrund, Digga. Wir schreiben später. Fack, fack, die Edo-Poins, los, 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 los! Nach diesem Malheur war Al klar, er musste es alleine schaffen, mit eigener Kraft. Er ging durch den Dschungel und suchte die Golems. Er war im River und suchte den Drachen. Er war... Er suchte den Baron, doch leider alles erfolglos. Also entschied er sich. Er suchte im Item-Shop. Doch auch dies sollte nicht gelingen. Ihm wurde bewusst, das Einzige, was ihm hilft, ist... Die unbändige Macht konnte ihn nicht halten und er musste es selber schaffen. So sollte es sein. Seine Gains waren am Droppen, seien schon. Bean, das ist eins, Wahrheit. Die Macht des Windes kam. Handy wasserdicht? Doch dachtet ihr wirklich, ich würde das alleine machen? Tch, he he. Nein. Sowas kenn ich nicht. Die Armee versammelt sich. Die Armee versammelt sich. Die Armee versammelt sich. Die Armee versammelt sich.